weil es halt so ist yo leute was geht und herzlich willkommen zu diesem video dieses video ist sehr sehr spontan entstanden das ist durch eine idee von mir und benedikt entstanden und zwar das ist ein let's play together das haben ganz viele youtuber schon gemacht nur dass wir halt rainbow six sieges regals erklärt mir jetzt nicht also erklärt mir mal was sie zu unterschied ist aber egal wir werden halt die story durchspielen das wird ein bisschen witzig ich werde schneiden also werdet ihr wahrscheinlich die ganze story sehen ist es mir aber auch schrecklich aber das spiel wahrscheinlich schon gefühlte 20 jahre alt ist ich hoffe euch gefällt benedikt du kannst dich jetzt mal vorstellen und davon und das kann ich klingt das immer ein kleineses und das schneiden muss du weißt sofort du kannst nicht mal schneiden ich bin der generell die scheiße ich kann mir die Finger abschneiden sieht das ja schon ok lass uns einfach hier starten irgendwie irgendwie passt so dann kann ich dich jetzt mal einladen ja man hab mich schon hier gibt es links rechts es gibt wirklich es gibt wirklich eine multiplayer-kampagne die man zu 16 spielen kann ich hab 24 junge ja ich bin best ich bin größter youtuber ich mach mal ein zweiblich man ja gesagt benedikt soll ich es noch besser machen schwarz und mit schlitzaugen ich hab echt einen schwarzen japaner hier mein ich bin die fresse und merkmale was für merkmale hat ja grüne fresse alt oder oder ich mach die so als ob die so ausschauen wird als ob die von mir aufs maul gekommen wo ist meine schlampe bitte nicht schlafen warum sind wir noch mal so es fing alles an als wir es fing alles an als wir scheiße gespielt haben stimmt sorry mit einer hi hi spiel beitreten bitte oh mexikanische straßen ja andere straßen gibt es noch nicht gibt es das politisch da nein schade aber mexikaner die sich die rumbrüllen und dich versuchen abzufließen leute wir müssen uns vorbeischleichen an den mexikanern LATE DAAAACH ich bin bereit oh diese kartoffel grafik hab ich das vermisst weißt du das problem ist ich nehm mit 1080 auf oh ja guck mal wer hat dir denn ins gesicht geschickt was bin ich alter ich kann mir nicht mal auf die schulter gucken bin ich breit oder was ja du bist richtig breit alter ja du bist richtig breit alter oh ja guck mal geil das tut nicht so scheiße aus ich bin breit am lakon was du weißt du es schaut zwei passant als ob du dich breit machen würdest nur weil ich ne fotze ey ich meine weil ich ne Frau bin aber ich verstehe kein vollständig wie ein scheiß Spiel ja mach es ja das Problem ist ich kann nicht die Musik oder die Sound leiser spielen erstmal die Sound auf 2 Schrauben auf 4 und die Musik spielen auf 2 also jetzt auf die Musik läuft das Sound laut Stärken ich auch ich auch 5 und ich hab nur Standardwaffen ich hab nur zwei Waffen okay ja ich hab mich auch also ich meine wenn es sind irgendwo unten der Hilfe 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 ich bin im Waffenmenü drin aber irgendwie auch nicht dieses Spiel ist weird kann man ja sich auch lehnen ich hab mich auch gemerkt Benedikt mit welcher Tast ich 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 ja ich mach mal Scheid einfach drauf und wie denn x gedrückt halten und dann zwei Taste ich sehs nein geh weg geh weg nein Leute ich nehm grad auf ich ich will ich will ich will ich will ja verpist weist auch noch ein Ding da muss ich noch mehr rausneiden weil der wahrscheinlich auch nur wieder Scheiße labert er in die Mannschaft auch scheiße aber nicht ich glaube es tot, bin mir aber nicht sicher aber mein Tief schieß so langsam weis ich hab ne MP5 aber ich hab kein Plan wo ich hinschieße damit jetzt sagt die Grafik so schloss ich bin fest ich weiß nicht mal wo ich hinlaufe ich hab kein Plan wo ich hinschieße ich hab kein Plan wo ich was schieben muss weil ich die Wende genau so aus und weil ich die Wende genau so aus schaunt die Wende genau so aus wie die Karte wie die Gegner ich bin bereit das regelt alles ich bin bereit jung ich bin bereit jung ach du musst mir einfach da raus nach unserer ickeli tack ich bin tot wir haben sie immer noch geistlich behindert ich bin nicht fett auch er ist tot, ich bin mir aber nicht sicher Dein Schnauze, Dave Halt Dein Schnauze ich hab den Bock verhalten dieses Spiel ist kacke ich will das nicht Nate, fuck wir quälen uns jetzt hier durch wo bist du? ich hab ihn mit der Pistole nicht vorgott, Alter ich muss unbedingt mal die scheiß Klasse wechseln wo müssen wir lang, Alter? übers Dach übers Dach, Dave ja, aber wo lang? ja, nach oben in den zweiten Stock und dann aufs Dach ah, ich verstehe wenn ich die Treppen finden würde ah, da ah ah folgt mich I found it Gatterbit da ist ne Treppe, glaub ich ach schade, ich hab einen Beschuss ausgemacht scheiß Leiter bereinigt hör auf sonst schieb warum kann ich nicht hoch? Hilfe sonst kommt er auch nach äh, wie denn? die Animation die Animation beregt war doch schon, als er sich die scheiß ausgemacht hat oh ja, Dave jetzt kommt das Abseilen aus diesem Spiel ach, nö ich hab das schon ich hab das schon bei den normalen äh, Rainbow Six Siege äh gehast, Alter oh ich springe einfach mir egal wui ich bin der Breite, lass mich bochen ich bin breit, Junge was ich hab jetzt einfach meine Waffe fallen lassen, Alter Aua das wird von einer AK gefickt, ey hoff ich für dich der steht da übrigens weg vorne genau da diese Reaktionszeit von einer Kartoffel, Alter hallo, ich bin eine Schildkröte ich hab meine MP5 mit der anderen MP5 geteilt, weil meine MP5 nicht MP5 genug ist ja, ich... egal, ich nehm die Acker ich brauch ne MP6, Alter ich bin so krass, ich brauch ne MP6 ne, ich brauch mehr MP6 Alter, lol ja, MP4s, also MP3s also, ich hab irgendwann das Spiel kaputt gemacht, Dave, ne? ok das ist schon so ein bisschen nötig als O-O wow, einfach Mord ich guck den Kopf hinter der Strecke scheiße, Alter weißt du, diese Pistole einfach, die einfach nicht trifft oh, Sexen na, fuck, hätte ich mal nicht breit, wenn ich auch was mache jetzt werde ich erstmal eben kurz was rum ändern Ausrüstung einverstanden? ja, ich muss auch mal kurz Ausrüstung machen Vorlage wählen Sturm nein, ich will meine Ausrüstung machen anpassen was nehm ich? ich nehm Scharfschürzen, wer wer? Schadenreichweite-Genauigkeit ich würd eigentlich gerne eine normale Snipe haben Schadenreichweite-Genauigkeit nehm die ich nehm die ich nehm die ich nehm Michael du nimmst mich der Charakter oh, ne des a Diegel okay, ich hab das Gefühl man kann nicht unbedingt deine Mom ich nehm C4 okay, du musst mit dem Scheiß-Spiel, den du bekommst ne Splattergranachel Blendegranate deine Mutter ist so fett du bist 3 Hurensöhne ah ja glaub ich dir, Dave kennst du nicht Sponspaus, bzw. San Diego muss ich ja ich hab Angst vor diesem Typen Leute, also wenn ihr es wissen wollt, ich zeige euch das Lied, was ich gerade gesagt habe, in der Videobeschreibung. Das Lied? Ich bin breit. Halt dein Maul. Bedelec, ich habe gehört, wir nehmen irgendwann mal Minecraft zusammen auf. Ne, wenn ich das Spiel habe? Gerne. Nein, nicht Minecraft, irgendein anderes Spiel, irgendein geiles Spiel. Limelkraft. Nein. Keine Ahnung, so ein richtig geiles Spiel mit einer geilen Grafik, ich meine so zum Beispiel Call of Duty, zum Beispiel Call of Duty 1. Oder? Weißt du, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen in die Cocktail rausbeziehen, aber das geht nicht. Komm, wir nehmen Call of Duty 1 auf, Multiplayer. Wir sind gerade an diesem Punkt angelangt, wo du eigentlich dein neues Heim warst. Gibt es Call of Duty 1 für die Xbox One? Bin mir gar nicht sicher. Nein. Aber es gibt Call of Duty 2, das ist nämlich abwärtskompatibel. Nice. Ich weiß nicht, was für... Black Ops 2 gibt es auch. Ja, Black Ops 2, ja, ist klar. Apropos, ich habe Black Ops 2 wieder, ne? Ja. Ich habe gehört, wir spielen die Story von Black Ops 3 zu dritt. Nehm's auch. Ich halte die Fresse von mir. Oh, guck mal, ich habe nicht mehr. Jetzt hat er keine Kniescheibe mehr. Ich finde aber, in diesem Spiel haben wir es besser gemacht mit dem Einsatz. Jetzt hat er keine Kniescheibe mehr. Er hat gar nichts mehr, Alter, ich habe in die Vorsicht geschossen. Aber nicht mit einer Pumpkanon, sonst hätte er noch was. Ich habe ihn mit der Pistole in die Fresse geschossen. Guck mal, er hat einen AK-47U. Ah ne, ohne das U. Schön für ihn. Wenn man einfach steht. Black Ops 2 lässt grüßen, oder? Kann man hier messern? Bin ich hier. Nein, kann man nicht. Dave, du hast hier viel gelegt. Ich habe gehört. Moment mal, kann man das aufheben? Warte. Nein, kann man nicht. Mach's jetzt auch nichts. Wir machen jetzt die Leute hier drinnen, machen jetzt Taktikplatt. Warte, ich markiere sie. Du Analphabet. Schönen Spiel. Du hast mir voll gesagt, ich kann mich direkt markieren. Haha, verrede ich bin tot. Ach so, man kann um die Ecke schießen, what the fuck? Ja. Das Spiel hat Deckungsmord. Du siehst du jemals anderes spielen? Ich meine. Ich bin mir jetzt kein Zutritt mehr. Du bist breit jung. Kann man auch die Dächer umtimmeln? Ist ja nice. Nein, kann man nicht. Äh, sehe ich da hinten den Gegner. Hauptsache, wie man steht einfach plötzlich weg ist. Du bist nicht mehr da. Ich bin magischerweise verschwunden. Ja, man. So richtig magisch. Spring! Hopps. Spring! Äh, kann ich bitte runterdanken? Lalalalalala. Warte, lass mir mal nachladen. Bin einfach so ein richtiger Einsatzschild gerade. Weißt du, das Schild geht wahrscheinlich auch nicht kaputt oder so. Tut's auch nicht. Bei allem das Schild hier hat auch keinen Schadensinn, das du irgendwie absorbieren musst. Es ist einfach wie eine Mauer. Ist voll hier noch angelaufen. Leider. Ado. Okay. Problem ist, du bekommst dein Faden voll Stress nur wieder, wenn du nicht hinhockst. Munition knapp. Dieses Spiel, ich kann da nicht zielen, weil ich Hilfe. Und ich krieg keine Hit. What the fuck, Alter. Wo ist dein Problem denn? Ich hab keine Hitmarker, äh, so. Einfach aus der Hüfte schießen. Ganz einfach. Aber ich ziele jetzt lieber. Es ist besser. Benedikt, ich bin wieder tot. Das hab ich dir dazu gesagt. Wer zählt, ist einfach so. Aber Benedikt. Warte. Lalalala. Lass die Musik wieder runterdaten? Bin der tot. Was hast du eigentlich für eine Waffe? Ich hab ne Pistole und ne Sniper. Wieso? Lass mich doch. Lass mich doch. Ich muss doch meine Sniper-Kills, äh, meine Sniper-Skills zeigen, oder nicht? Die, die du nicht hast oder? Hallo. Ich meine, Benedikt, bei BW2 bin ich besser Sniper wie du halt die Fresse. Bist du nicht, du Opfer? Ja, Dave. Ja, Dave. Ja, das Klettern ist beschäftigt, Dave. Weiß doch, der Acken auf. Der Acken auf. Der darf nur einmal gedrückt werden im Jahr. Dave, ich kann die nicht rüber. Aber auch mal. Tja. Ah, nein. Man kann mit dem Einsatzschild, kannst du zwar leifern und sowas hochklettern und runterrutschen, weißt du, aber du kannst den Einsatzschild nicht benutzen, wenn du über ne scheiß Maus runter willst. Der Spiel ist weird. Schieb den in den Rücken! Schieb den in den Rücken! Ich bin aber, ich bin kein Deutscher! Schieb den trotzdem in den Rücken! Das war jetzt mies, oder? Ja, danke, Frau. Na, ich meine, jetzt mal eine Aussage, die war mies. Der Hetz. Aber ich wurde zuerst in den Rücken geschossen, das weiß ich. Und ich wurde zuerst in den Rücken geschossen, das weiß ich. Der Hetz. Ich meine, damals die Deutschen, DDR, Ich seh schon, dieses Video wird wegen... Das war nicht mehr Deutschland, das war die DDR. Ich meine, ich glaub, dieses Video wird einfach gesperrt wegen rassistischen Aussagen oder so'n Scheiß. Das ist richtig monetarisiert. Instant, Alter! Vor allem, weil ich durch diese Videos gar kein Geld verdiene. Ich bekomme irgendwie sie auch wieder, wenn ich einfach die Zähne verkomme. Weil die uns mein Zähne kommt nicht schwammig, Alter. Gut zu wissen. Gegner? Kommst du raus? Kann man durch Wände füllen? Ich würde sagen. Nein. Hä, die Wände bestehen ja aus, äh, Panzerglas, ne? Äh, Panzerbeton, ne? Direkt, hinter uns. Pass auf. Meinst du dieses Panzerglas, was in Rainbow Six nicht funktioniert? Hä, what the fuck? Hä? Du wurdest gesniped. Hä? Ich hab ihn aber getroffen. Das ist ja mein Problem gerade. Und so wurdest du weggesniped. Dieses Spiel ist verbuggt. Hilfe. Genau. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ähm. Für mich war's unterhalten auf jeden Fall. Ähm. Halt die Fresse, Benedikt. Unterhalten? Unterhaltend, ja. Verstehe ich schon. Ich sag unterhaltend, weil ich kein anderes Wort ver- Lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, damit ihr nichts verpasst. Benedikt redet mich rein, Mann. Haut an meine Leute, und bis zum nächsten Mal. Hey, Dave, halter Maul. Sag mal, tschüss, Leute. Fick dich. Äh, Dragon, oder wie heißt du noch mal? Ich hab kein Plan. Sag mal tschüss. Benedikt 2.0. Sag mal tschüss. Oh, ja, ciao. Tschüss. G cards. Weißt du noch mal, ganz Gwen alt. Vielen Dank.